www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, dann begrüße ich euch zur Spieltagskonferenz für das Spiel GWD Minden, beziehungsweise TSV natürlich gegen die GWD Minden am 1. Advent, und zwar um 17.30 Uhr, noch in der AWD-Hall. Ja, GWD zurzeit mit 8 zu 18 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Zuletzt haben sie ein starkes Spiel abgeliefert gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber dennoch mit 23 zu 26 verloren. Sie haben aus den letzten sechs Spielen nur 1 zu 11 Punkte geholt, aber ich denke trotzdem eine starke Mannschaft, gegen die wir am Sonntag spielen, obwohl sie bisher nur einen Punkt auswärts geholt haben. Christopher, ich begrüße dich natürlich wie immer auf meiner rechten Seite und heute mal Czabasic auf meiner linken Seite als Spielervertreter. Ja, Christopher, wo siehst du die Stärken des Aufsteigerst? Ja, guten Tag erstmal von meiner Seite. Ich sehe eine Menge Stärken bei Grün, Weiß, Stankhaus und Linden, denn die Mannschaft hat ihren Auswärtspunkt eben nicht irgendwo geholt, sondern bei Frischauf Göppingen, die ja auch eine sehr starke Heimmannschaft sind, insgesamt sehr viele gute Spiele gemacht haben, eben viele Verletzungsprobleme. Das trügt eigentlich über ihre eigentliche Leistung. Insofern erwarte ich ein schweres Spiel am Sonntag, weil Minden auch in den Vorbereitungsspielen gegen uns gezeigt hat, dass sie sehr variabel sind, einen sehr großen Kader haben, auch mit der zweiten Mannschaft, die sehr stark ist, also immer da sehr gut Leute aus der zweiten Reihe bringen können, die auch sehr gut Impulse setzen können. Ich denke, natürlich muss für uns zu Hause ein Sieg das Ziel sein, aber man darf nicht glauben, dass es das ein einfaches Spiel wird. Ja, die Partie in Magdeburg war sicherlich nicht ganz nach deinen Vorstellungen. Könnt ihr am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückkehren? Ja, das Spiel in Magdeburg ist vergessen. Das haben wir analysiert und wir konzentrieren uns auf unsere neue Aufgabe. Es war uns ja auch klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden und ein Ausseitsspiel in Magdeburg ist natürlich auch eine schwere Aufgabe. Wir hätten das gerne gewonnen. Das können wir nicht mehr rückgängig machen, aber wir können natürlich nach vorne schauen und das haben wir in der letzten Woche getan, haben viel an Dingen trainiert, die nicht so gut gelaufen sind und haben uns schon begonnen, haben schon damit begonnen, uns auf Minden vorzubereiten. Es kommt aber daran, wie in jedem Spiel, ob wir unsere Aufgaben gut erfüllen. Und da gibt es einige, die wir gegen Minden erfüllen müssen. Und wenn wir das schaffen, werden wir ein gutes Spiel machen. Und wenn wir ein gutes Spiel machen, werden wir gewinnen. Ja, du sagtest schon gerade, dass ihr an euch gearbeitet habt nach Magdeburg. Mit welchem Mannschaftsteil hast du am meisten Training gemacht? Wo hast du besonderen Wert gelegt, die möglichen Schwächen abzustellen? Ja, wir haben im Magdeburg-Spiel nicht so gut verteidigt, wie wir das eigentlich können. Und wir haben daran auch gearbeitet, an der Aggressivität in der Abwehr. Aber es gab in allen Teilen was zu tun, auch im Angriff haben wir nicht variabel genug uns gezeigt. Da müssen wir auch mehr verschiedene Aufgaben stellen, der Abwehr. Das haben wir auch schon thematisiert. Insgesamt glaube ich aber nicht, dass das Spiel uns jetzt so weit zurückwirft, dass wir ganz viel anders machen müssen. Sondern wir müssen uns in Nuancen verbessern, um wieder auf das Niveau zu kommen, das wir auch haben können. Und das wir, glaube ich, auch am Sonntag wieder erreichen werden. Es gab die Ankündigung, dass Morten Olsen uns nach der Saison verlassen wird. Wie hat sich das, oder hat sich das irgendwie auf die Mannschaft ausgewirkt? Die Frage kann man vielleicht eher Chabasic stellen als mir, weil ich natürlich auch Teil der Mannschaft bin. Aber der Einfluss auf mich natürlich relativ gering ist. Ich freue mich, dass wir mit Morten Olsen bis zum Ende der Saison zusammenarbeiten können. Und das macht ja für mich keinen Unterschied, ob er jetzt nach der Saison wechselt. Weil jetzt in der Situation spielt er für uns. Und das ist gut. Und da freuen wir uns drauf und versuchen, jedes Spiel so gut wie möglich mit ihm zu bestreiten. Und alles weitere, wie da die Mannschaft auch reagiert. Ich habe jetzt nicht im Training das Gefühl gehabt, dass sich was verändert in unserer Arbeit. Aber das kann jeder wahrscheinlich am besten selbst beinhalten. Ja, dann gebe ich die Frage doch gleich weiter. Chabas, hat sich das irgendwie ausgewirkt? Bei dir oder bei euch? Ja, also wir sind alle Profis. Und jeder weiß, wie das Geschäft läuft. Dass Spieler wechseln, neue kommen, alte gehen. Und wie Kaspar gesagt hat, wir spielen bis in der Saison mit Morten. Und für mich persönlich hat es keinen Unterschied, ob er danach bleibt. Natürlich ist es schade, für die Mannschaft auch. Aber so ist das Sportlerleben, wenn jeder geht und kommt. Und für mich hat es keine Auswirkungen auf der Anzahl. Ja, vielleicht ein bisschen zu dir. Du warst lange verletzt. Wie sieht es aus? Bist du wieder im Vollbesitz deiner Kräfte und für Sonntag gut drauf? Ja, also für Sonntag bin ich auf jeden Fall gut drauf, das kann ich sagen. Ja, vergessen von der Kräfte würde ich jetzt noch nicht sagen. Natürlich fehlt mir viel Spielpraxis, weil ich ja lange verletzt war. Erst mit meinem Knie noch ein bisschen vom letzten Jahr mit zu tun kämpfen hatte. Und dieses Jahr mit dem Kahnbein und Daumenbruch war natürlich ein großer Pech. Aber ich arbeite jeden Tag im Training. Versuche dann, mein Bestes zu geben und mich mit der Mannschaft einzuspielen. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Aber ein paar Prozent fehlen mir auf jeden Fall noch, auf denen ich arbeiten muss. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es relativ schnell schon dann zu der 100 Prozent kommt. Auf jeden Fall. Ja, wie würdest du sagen, ein bisschen wildig gesprochen, entzündet ihr für die Fans am Sonntag das erste Licht? Ja, wir gehen in jedes Spiel ein, das wir gewinnen wollen auf jeden Fall. Und es ist natürlich schön, am ersten Advent ein Heimspiel zu haben. Hatte auch ein bisschen eine familiäre Stimmung. Aber ich denke, ob wir dann das erste Licht entzünden, am Ende zählen natürlich nur die Punkte. Wir versuchen natürlich immer ein gutes Spiel zu machen. Aber vor zwei Wochen haben wir natürlich ein nicht so gutes Spiel gegen Gummersbach gehabt. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ich denke, am Ende zählen nur die Punkte. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes, ein gutes Spiel zu machen und den Zuschauer auch zu begeistern auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich denke, dann nehme ich die Frage der Presse vorweg. Wie sieht das personell aus? Irgendwelche Änderungen? Oder alles gut? Ja, ich gehe davon aus, dass wir mit dem Kader des letzten Spiels ins Rennen gehen werden. Das heißt, Nijepojezovic wird auch wieder dabei sein. Und ansonsten haben wir im Moment das Glück, dass wir keine Verletzten haben. Außer dem Langzeitverletzten Mario Klössner, der auch zurückkommen wird, aber eben nicht mehr in diesem Jahr. Und ja, ich denke, das ist gute Voraussetzungen für ein gutes Spiel. Die Matches gut eingespielt. Chaba hat es schon richtig gesagt. Man kann auch nicht von einem Spieler, der jetzt über Monate verletzt war, erwarten, dass er sofort Impulse sitzt, wie er das vor seiner Verletzung getan hat. Aber ich muss natürlich auch sagen, die große Spielintelligenz von Chaba ist seine große Stärke, sein großer Trumpf. Denn er kann relativ schnell wieder ins Spiel reinkommen. Und das hat er schon gezeigt in den Spielen, in denen er jetzt für uns auch Anruf wie Abwehr gespielt hat. Und das freut mich sehr, dass diese Zeit der Eingliederung bei ihm relativ schnell geht. Was ich auch an dieser Stelle mal sagen muss, ist auch eine sehr professionelle Rehabilitation, die er abgeliefert hat. Selbstständig alle Trainingsmöglichkeiten, alle Reha-Möglichkeiten ausgeführt. Und so stelle ich mir das vor, bei einem Profi, dass er alles tut, um wieder fit zu werden. Deshalb denke ich, wenn das sportlich jetzt in den nächsten Wochen erst sukzessive noch besser wird, als es jetzt ist, haben wir alle mit Geduld, weil ich weiß, dass da noch ganz viel mehr möglich ist, als das, was wir vielleicht im Moment gerade machen. Nach dem letzten Heimspiel warst du froh, dass du für Magdeburg die Favoritenrolle wieder abgeben konntest. Jetzt habt ihr sie ja vermutlich wieder zurück. Wie geht ihr damit um? Das ist eine Frage, die wir am Sonntag beantworten können. Da kann ich jetzt vorher viel zu sagen. Das wird man erst sehen. Ich bin eigentlich froh, in der Favoritenrolle zu sein, in einem Heimspiel gegen ihn. Weil das zeigt, dass wir vorher viel richtig gemacht haben. Aber wir wissen natürlich alle, dass uns das am Sonntag nicht hilft. Sondern um weiter da zu bleiben, wo wir sind, oder höher zu kommen, zählen nur Siege. Und zu Hause gegen ihn wollen wir natürlich alles tun, um zu gewinnen. Denn das ist eine Mannschaft, die hier in der Nähe auch ihren Sitz hat, ihre Halle hat. Und da wollen wir natürlich immer, auch wenn es Nordrhein-Westfalen ist, zeigen, dass wir hier die bessere Mannschaft sind. Wie sieht die Mannschaft das? Ja, wie Christopher sagt, ich finde es schön, dass man gegen Minden zu Hause Favoritenrolle hat. Weil dann heißt es ja, dass man besser ist, muss ich sagen. Zumindest im Heimspiel. Natürlich ist es ein schweres Spiel, weil Minden hat sehr gute Einzelkönner. Zum Beispiel Dali Bordoda, der alleine Spiele entscheiden kann. Ich erinnere mich, ich habe mal Nationalmannschaft gegen ihn gespielt, gegen Schweden. Wir haben mal ein überragendes Spiel gegen Schweden gemacht. Aber Dali Bordoda hat um 17 Tore gemacht und dann haben wir verloren am Ende. Also das kann man alleine entscheiden. Und deswegen müssen wir am Samstag konzentriert sein. Natürlich sind wir ein bisschen favorisierter als Minden. Aber wenn wir am Ende verlieren, dann hat es uns auch nichts gebracht. Von daher müssen wir dann jedes Spiel reingehen, 100 Prozent. Am Ende zählen nur die zwei Punkte. Schau mal, du hast es ja vorhin gesagt. Spieler kommen, Spieler gehen. Die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit, wo viele Gespräche geführt werden. Auch dein Vertrag läuft ja aus. Wie gefällst du dir denn in Hannover? Ja, also ich bin sehr zufrieden mit Hannover. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen vor eineinhalb Jahren, als ich hier gekommen bin. Und ich fühle mich pudelwohl hier. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Es läuft alles. Die Mannschaft ist homogen, intakt. Alles ist gut. Und wir haben keine Kriterien untereinander. Wir sind vielleicht in anderen Mannschaften, wo man hört. Von daher bin ich sehr zufrieden. Und lasse es auf mich zukommen, was in den nächsten Wochen passiert. Eine Frage mal über das nächste Spiel hinaus. Der Dezember steht ja vor der Tür. Werdet ihr ab nächster Woche in Stuttgart wohnen und dann zu den Heimspielen vermeintlich hier hochkommen? Oder werdet ihr die Wege andersherum gehen? Ja, das war natürlich eine Frage, die wir uns schon vor vier Wochen stellen mussten, als wir geplant haben, als wir gehört haben, dass wir im DHB-Pokal in Wiedigheim antreten müssen, also nochmal nach Stuttgart müssen. Wir haben uns aber entschieden, die Fahrten von Hannover auszumachen, das heißt nach dem Göppingenspiel wieder nach Hause zu fahren und dann wieder hinzufahren, weil natürlich die heimische Halle, das Training hier und das Ambiente mit der Familie für die einzelnen Spieler sehr wichtig ist. Und deshalb ist es für uns sinnvoll, da wieder hinzufahren, auch wenn die Belastungen natürlich hoch sind, da runter und wieder hochzufahren. Aber wir haben auch im Gespräch mit der Mannschaft da eine Lösung gesucht und die ist für alle, glaube ich, gut gelaufen, sodass wir jetzt auch am 23. wenn wir nach Balingen fahren, glaube ich, so reisen, dass auch für alle das Weihnachtsfest gesichert ist. Es sind natürlich immer schwierige Bedingungen, jetzt 23. spielen, 26. spielen, das heißt für jeden normalen Arbeitnehmer sind die Weihnachtsfeiertage frei, für uns sind das eben fast alles Arbeitstage. Aber das gehört eben zu diesem Geschäft dazu und wir freuen uns ja auch, wenn wir dann Spiele gewinnen und vielleicht am 26. vielleicht einen großen Erfolg feiern können, punktemäßig. Dazu müssen wir aber erst mal am Sonntag anfangen. Jetzt sind schon eine Info, wie viele Karten verkauft sind. Ja, 2100 Karten sind bisher abgesetzt für Sonntag und wir hoffen natürlich sehr stark, da wir in letzter Zeit auch sehr viele Tickets an der Abendkasse verkaufen, dass doch in jedem Fall 2500, 2600 Zuschauer kommen werden und die Stimmung genauso ist, wie zuletzt auch gegen Gummersbach oder gegen Flensburg. Dann hat man halt ja gesehen, dass das Kommen sich lohnt, wenn sie in den letzten Spielen. Stichwort Magdeburg nochmal, die Option auf den Protest gegen die Spielwertung, nehmt ihr sie wahr oder nicht? Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil für das Einlegen eines Protestes natürlich unser Geschäftsführer zuständig ist und der das natürlich auch wahrnimmt. Und deshalb würde ich da bitten, die Frage an Benjamin Schatton zu richten, der heute leider nicht hier ist. Ich möchte aber nochmal hinweisen darauf, das Spiel am Sonntag. Ja, GWD Minden bringt immer eine sehr lautstarke Fangemeinschaft mit und das ist, von der Stimmung her machen die viele Auswärtsspiele zum Heimspiel. Ich habe das in dieser Saison noch nicht einmal getan, aber ich möchte diesmal unsere Fans bitten, uns zahlreich und lautstark zu unterstützen, wie es in den letzten Spielen immer der Fall gewesen ist, weil wir, glaube ich, in Bezug auf die Lautstärke diesmal einen wirklich, wirklich großartigen Gegner haben und da brauchen wir jede Stimme und jede Hand, um uns zu unterstützen, damit man auch merkt, dass die AWD-Hall unsere Halle ist. Und dann natürlich den Hinweis auf die Autogrammstunde. Sparkassen Autogrammstunde wird sein mit Torge Johansson und Jan-Fiete Buschmann am Sonntag nach dem Spiel. Und ich möchte auch nochmal hinweisen auf unseren sozialen Touch, will ich mal nicht sagen, sondern auch unsere sozialen Geschichten, die wir im Augenblick drauf haben. Und zwar zum einen Handball hilft, die Versteigerung bei Ebay, da lässt sich eine Golfrunde mit Morten Olsen ersteigern. Zudem werden wir aufrufen Handballer für Handballer, das heißt die Deutsche Krebshilfe, eine Registrierungsaktion für die nicht Deutsche Krebshilfe, sondern Deutsche Knochenmark-Spenderdatei, dass man sich registrieren kann. Das wird auch am Sonntag sein. Und wir haben ja am Sonntag auch die Aktion mit der Diakonie Hilfe. Aber die Pressemeldungen habt ihr ja mittlerweile auch schon alle bekommen, sodass es schön wäre, darauf nochmal hinzuweisen, gerade jetzt in der Vorwarnachts-, in der Adventszeit. Dazu noch irgendwelche Fragen, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich rechtzeitig für heute, wünsche euch einen guten Weg in die Redaktion und die meisten werden wir sicherlich Sonntag wiedersehen. Vielen Dank.